Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pflanzen gegen Zombies. Und wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben und wir sind im Nebel. Hier, Nebel. Ja, Leute. Oh mein Gott, Nebel. Okay, was wir brauchen sind schon mal die Pilze. Nee, komm, wir nehmen dich rein. Dich. Dich. Ja, dich auch. Wo ist das? Boom! Äh, ja, nein, aber... Oh nein, der crazy Typ ist da. Shit. Ich muss dir überlegen. Einmal nehmen wir die Schau noch rein. Ist auch richtig. Ja, wir haben keinen Taucher. Okay, das ist schon mal gut. Kein Taucher. Dann nehmen wir dich hier rein. Okay, los geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir werden eben nicht durchpflanzen. Yeah, yeah, yeah. Oh mein Gott. Okay, hoppala. Du machst jetzt sofort ne... Ding ist schon. Lol. Machen wir mal schon hier eine Pilze hin. Ich mach jetzt mal hier eine Reihe Pilze hin. Ich hab jetzt total ein bisschen was vergessen. Scheiße. Scheiße, der ist jetzt auch noch... Wo denn, wo denn, wo denn? Ich muss genauer hingucken. Ich mach mein Gesicht in den Pilzschirm und zieh genauer. Ich glaub, ich weiß wo. Oder? Da oben. Gut. Oh, hab ich jetzt mal Glück, dass ich das genau dort richtig hingestellt habe. Ja, guck, er fängt schon an zu spucken. Zu spucken. Nein, noch nicht. Erst wenn ich die ganzen Blumen... Äh, Sonnenpilze... Eingepflanzt, aber dann. Okay, gut. Boah, Alter, ich fang wieder an. Meine Gütter. Ja, mein Gott, ich versteh's echt nicht. Wow. Und bei uns ist scheiß Wetter. Es war vorher so schön und jetzt ist alles Kacka. So, jetzt sind die Sonnenblumenpilze schon mal aufgepflanzt. Toller Witz, ne? Achso, ja, jetzt kommen erstmal hier die rein. Wie wir wissen, drei Felder, dann schießt es und dann geht's los. Ich hab keine Ahnung, was hinter der Dings passiert. Ich kann jetzt auch keine Hochwalnuss setzen, sonst wäre es ein Problem. Ah. Ich habe Idee. Ah, gute Idee. Ja, mir ist jetzt nichts anderes eingefallen. Ich setze die Dinger hier hin. Und tada, kann man schon sehen, was passiert. Und das ist noch nicht mal die erste Welle. Ah, 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 hier. Oh mein Gott. Terror. Boah. Gut, die erste Hochwalnuss steht schon mal. Gut, jetzt können wir ein bisschen was sehen. Ich habe das jetzt immerhin vor Panik gemacht. Shit, shit, shit. Wir werden das hier verlieren, wette ich mal jetzt. Sage ich mal jetzt nicht. Wette, ja, wette. Ich schon wette, das ist schlecht. Okay, wir müssen ein paar da hinpflanzen noch. Boah, Leute. Das ist so Epicness. Ja, nicht wirklich Epicness, aber ich mache mal jetzt hier hin. Noch so eine Reihe. Äh, ja, Hochwalnuss. Ich bin so ein Vollhonk. Ich bin ein Idiot. Ich könnte jetzt die Nachrichten sagen. Entschuldigung, meine Stimme kackt gerade ein bisschen ab. Merke ich langsam. Ich weiß nicht, was los ist. Mir geht es ja gut, aber trotzdem. Ich habe was. Nichts Schlimmeres. Keine Angst. Ich lebe noch. Shit, shit, shit. Das ist nicht gut. Ja, Leute. Ich würde weiter Let's Plays machen. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht so leicht auf. Ich bin hart, aber herzlich. Nee, nee. Ich bin hart im Nehmen, wie man so schön sagt. Nose. Shit, shit, shit. Keine Hochwalnuss. Ja, im Wasser brauchen wir jetzt die Hochwalnüsse auch. Sonst gibt es ein Problem. Oh Mann, ich mit meinen Sonnen hier. Ich fange wieder an und... Oh, epicness. Oh, jetzt kommt die erste Riesige Well of the Service. Es greift uns an. Schlech, schlech, schlech. Wo könnte das... Zombie kommen. Wenn man es genau hört. Man muss es genau hören. Nein, der kommt wohl noch nicht. Also gut, dann kann ich schon mal die einpflanzen. Scheiße, ich habe es falsch gemacht. Und keine Hochwalnuss. Ich will ich in meinem Leben nicht sehen. Gut, den haben wir jetzt schon mal los. Okay, Hochwalnuss. Scheiße, shit. Mann, ich habe da oben vergessen. Ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Dann noch die Hochwalnüsse. Oh Mann, Leute, das ist Stress pur hier mit dem Spiel. Es wird langsam bald zum Ende eingehen. Und dann ist es vorbei mit diesem Projekt. Ich habe ja noch gesagt, dass ich noch die Extraspiele mache würde. Mal sehen, mal sehen. Auch nicht. Ihr könnt das auch selbst spielen, wenn ihr wollt. Ja, machen wir mal hier hin. Machen wir mal da hin. Machen wir mal dorthin. Ja, die, die das Spiel haben, wissen schon, wie es endet. Wie es anfängt. Und so weiter. Und so weiter. Und die Extraspiele auch noch. Ja, ich mache, glaube ich, nicht die Extraspiele. Die Bonus-Spiele. Sorry, wegen meinem Deutsch. Ich russi. Wie ist dir? Ich komme russi-pol. Nee, nee, ich bin kein Bruder. Keine Angst. Ja, ich mag halt Let's Plays. Ja, und Phoenix World geht auch noch weiter. Das wird noch nicht beendet. Ja, das Spiel ist so geil. Wieso habe ich das nicht schon früher endet und früher Let's Played? Ja, dann ist das mein erstes Let's Play. Und dann, ja, voll. Okay, jetzt haben wir schon mal das hier fertig. Und gleich kommt die nächste Wahl. Komm, noch eine hohe Walnuss. Ja, wir haben es geschafft. Und wir haben Geld. Yay. Jetzt haben wir schon mal gute Arbeit getan. Weil wir hochwollen es da. Guck mal, wie das jetzt aussieht. Voll cool. Voll die Kleinen hier und da und dort und überall. Ich hasse... Ich kann jetzt der's nicht wegmachen. Es tut mir leid. Oder? Doch. Piss dich. Nein. Wieso? Komm, stirb, 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 stirb. Wenn die Musik zu Ende geht, dann explodiert er und dann ist die Hochfallnuss weg. Oh, okay, das ist... Oh mein Gott. Ich bin erleichtert. Er ist nicht explodiert. Ja, und wegen Pokémon. Es tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Irgendwie spinnt der Sound nur bei Pokémon. Und bei den anderen Spielen geht das. Das finde ich mysteriös. Komm, stirb, 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 stirb. Oh. Der macht mir voll Panik. Und da war doch noch ein Football-Zombie da unten. Stirb. An einem anderen Tag. Sorry. Oh, was ist das? Ein Kaktus. Cooler Kaktus. Hi, Kaktus. Wie geht's dir, Kaktus? Ich hoffe gut, Kaktus. Nächstes Level, bitte. Ich bin ein Vollidiot. Ah, gut, dass es das Lexikon gibt. Pflanzenlexikon. Hier, Kaktus. Kaktel. Kaktel verschießen Stacheln, die Boden- und Luftziele treffen. Schaden normalbereitsicht. Ja, okay. Das muss ich ja bestimmt nicht vorlesen. Okay, gut. Okay, wir haben... Oh, nein. Wir haben auch nochmal den Nebel. Ein neuer Zombie-Ballon-Zombie. Oh, mein Gott. Und da sehen wir uns im nächsten Part an, Leute. Also, bye, bye. Bye.